Ich hatte einen Orangensaft getrunken. Aufregend, was? Was haben Sie? Sie ist Diabetikerin, hat sich zu viel Insulin gespritzt, liegt im hypoglykämischen Koma. Sofort Glucose. Sobald wir den Züchern gelegt haben, geben wir ihr Masse. Er ist eine Ampulle D50. Hervorragend. Mrs. Palmer. Sie kennen sie? Ja, sie ist Marks Patientin. Ja, Golf. Kann uns alle verrückt machen. Was habt ihr? Der Patient ist bewusstlos. Schusswunde in der Schulter. Blutdruck 90 zu 50. Mein Gott, ist das nicht Mark?